ok und jetzt wenn ich game over gehe jetzt dann gehts los ja dann gehts los weil dann hole ich mir die axt und dann spiele ich richtig schön ordentlich und ja ich würde trotzdem dass das jetzt keiner guckt mensch weil ich bin jetzt so oft abgeregt denkt ihr da guckt jemand so weit also dass jemand ich glaube da pennt ja schon ein hier ich könnte auch so medusa campen ja wie viele exe willst du noch schmeißt okay jetzt kämpf ich hier nein zu spät gekämpft nein so gibt mir jetzt was schönes hier gib gib ist mein letztes leben tut mir den gefallen gib mir was natürlich gib mir den tod ja natürlich ich kann auch schön am anfang durchspielen was ist jetzt los ach ja ich bin unsterblich ja das ist doch schon wieder so eine kacke guckt euch diese gülle an nein so ich sammel dann die ganzen dinge ich brauche die punkte ich brauche das geld ich bin jung und brauche das geld wie Simon immer die treppen runter geht sieht übel stylisch aus boden schlender der hebt seine beine nicht hier so oft die haben zusammen müssen und so um den staub abzuwischen mensch das ist halt gefährlich hier bei trakulana also hoffentlich ist die bezahlung gut komm hier muss doch irgendwas sein ne eben nicht ich bin stolz auf mich ich bin stolz auf mich die tun mir erstmal erst mal erst ein screen scheuchen ne ja und genau deswegen genau deswegen habe ich verliere ich so viel leben weil da immer diese fick Piss dich! Du verficktes Aushorps-Screen! Ein Monitor. So mach ich das jetzt, oder? Geh ich auf Nummer sicher. Ach komm. So, endlich. Und ich hab die Waffe gegen... Waffe gegen... Waffe gegen... Oh, Mann, guck doch in die richtige Richtung. Ey, das ist übelst unfair, wenn die... Genauso mach ich das. Ah, wie lächerlich sind die zwei? Zwei Schläge, wie lächerlich für einen Ritter. Für einen Ritter, der Echse durch die Gegend schmeißt. Ey, das ist schon wieder lächerlich hier. Wieso könnten die nicht ein Schwert haben? Ich meine, wenn die so ein Dolch durch die Gegend schmeißen würden, vielleicht würde ich das ja noch annähernd verstehen, aber... Naja. Rek ab. Hey! Rek ab! Pfff! Das ist für Glück. Ja, genau. Oh, ey, das... Das war jetzt... Ich zieh jetzt den Screen, hab ich so und so drauf, und dann... Oh, den letzten Screen oben, also, denn der ist helle. Nee, so eine Scheiße könnte mich viel wieder übelst aufregen, Alter. Komm, das hat schon wieder keinen Sinn, wenn ich mit dem scheiß verfickten Bumerangut hochgehe. Ich kann ja nicht mehr zurück, das ist auch behindert. Wieso bieten die überhaupt diese scheiß Waffen an? Und seid ihr behindert? Ja, erst aus. Ja, es geht jetzt nicht, glaube ich, nur mit der Paltche. Ach, komm, das hat schon wieder keinen Sinn, wenn ich gegen den antrete. Komm, wenigstens hoffentlich zieht das trotzdem... Pass ab. Komm, Mann. Ja, ey, Alter. Hä? Willst du mich verarschen? Will... Ach, komm, das ist schon wieder die größte Konami-Verarsche, Alter. Wo soll ich denn runtergeflogen sein? Ach, ist dir jetzt egal. Das ist jetzt nicht so schlimm. Hauptsache, ich werde nicht zweimal getroffen. Hauptsache, der gibt mir auch mal bald meine Peitsche hier. Gibst du bald mal die Peitsche raus? Doch. So eine Bitch. Nein. Alter, heule rum. Der hat nur mit deinem Schädel... Einen verfickten Pixel. Heule wegen dem Pixel rum, Alter. Richtig scheiße. Ohne Scheiße, jeder der das planten gespielt hat, der hat bestimmt gesavestated. Das wette ich. Das wette ich. Einfach. Ich wette es einfach. Auch wenn es ein Safestate hier vorne an Stage 15 ist, äh, hier Screen ist. Das ist trotzdem ein Safestate. So, ich camp jetzt hier so. Ey, das ist eigentlich ein guter Plan. Guter Plan. Fick dich Plan. Nein. Ja, Alter, fick dich. Du hast mich nicht berührt, du Stück Schlampe. Komm, Zeitstopp hier. Sehe ich jetzt nicht mehr ein. Für so eine Scheiße zu stehen. Und wie soll ich das Ding Honk besiegen? Kann mir das immer sagen? Komm, Zeitstopp. Das nirgst nichts. Ey, was ist denn, warum ist denn, was sind das für Sensen? Müsst du mich verarschen. Hydro-Sensen oder was hier? Wärmeleit-Sensen. Ne, das ist doch... Hey, komm, das ist lächerlich. Ich würde es ja verstehen, dass der Gefahr oder Tod hier so die Sensen in Massen auf mich schmeißt, aber, dass da schon automatisch Sensen sind, die auf mich drauf fliehen. Das sehe ich nicht ein. Haben schon... Ah, gut, ich habe noch ein Leben bekommen. Oh mein Gott. Okay, ich muss... Ich muss es perfekt schaffen, ey. Das muss ich noch üben. Diesmal behalte ich den Boomerang und setze nicht diesen Zeitstopp ein, weil der ist... ganz schön kacke. Muss ich mir den Arsch abwischen. Ne. Ja, sowas bräuchte ich. Aber nicht jetzt, sondern da oben. Würde mir zwar nicht viel bringen, aber egal. Komm, das... Das... Das hebe ich mir dann nach dem... Wow. Komm, jetzt campe ich wieder. Komm, ich campe jetzt einfach hier. Scheiß drauf auf die Herzen. Und euch. Brauche ich nicht. Halli, fresse, reck ab, du fecker Arschgeige. So. Ne. Nee, 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 nee runter und sammeln das auf. Was? Willst du mich verarschen? Habe ich gerade richtig gesehen? Ihr seid solche Arschgeigen. Helft mir. Das ist ein verficktes Arschgeigen-Spiel. Also ich meine, guckt euch das an. Wenigstens kann ich das Zweige schmeißen, ey. Ey, aber der Bumerang, der hilft sogar hier so. Alter. Kaum habe ich den Bumerang gelobt. Schon kommen sie... Drei. Die brauche ich. Okay, gut. Nein! Meist doch, drei... Mach ihn tot! Oh fuck, ich habe kein Herz mehr. Okay, das geht jetzt zu... Wo bleibt meine Peitsche? Ich brauche... Ne. Ey, das war jetzt so sinnvoll. Die geben mir eine Zwei und ich habe überhaupt kein Item. Ah, komm. Dafür will ich jetzt aber meine Peitsche hier. Oder wenigstens irgendwas, was mich geiler macht. Ja, ich könnte jetzt nochmal 5000 Punkte irgendwie bekommen. Und dann bin ich noch länger hier. Das ist ja mal toll, oder? Was ist das? Versagekanns? Ja. Was ist das? Was ist das? Also. Was ist das? Dramatische Musik. Das ist ja mal sehr. oh ja klar dass oben so ne kacke kommt das ist ja kein einfaches spiel hier ne ich nehme jetzt lieber gleich meinen pork komm noch 400 punkte die krieg ich hier oben ach ich dachte das wäre grad hier so ach komm ja alter heute nur rum nur weil er dein herrchen berührt hat auch mein herrchen alter hat mein herrchen berührt ich möchte mich sehr angemacht weh jetzt geht die bitch ab der unter der dritte doch 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 ja ob ach du kacke das spiel aber die wirkliche freue mich schon müssen sich sicher ist das geschafft das dann nacht zu suchen so Das dann meinen Freunden anzubieten Viktor zum Beispiel Da kann er mal auch das Spiel durchspielen Ne, hier soll es Speichern geben Mensch, das ist... Ja, komm Mann, komm Ey, muss ich mich jetzt verarscht fühlen oder was ist los? Geht doch Ja, aber ich dachte, der Boomerang ist so eine scheiß Waffe Aber gut, es geht eigentlich Jede Waffe geht hier Ich meine, gut Hätte ich das beim ersten Mal nicht genommen Hätte ich das wahrscheinlich schon Hätte ich das Spiel wahrscheinlich nicht besiegt Aber Hätte ich es wenigstens rausgefunden Ich finde es geil, dass der Boomerang auch noch die Medusas abgibt Das sieht der Juhu Das war geil, das war geil Das... Das ist gutا, ich weiß, dass du das